Das Dach da ist irgendwie verreckt. Ja, ja. Gibt's in 10 Minuten Abwirkung. Sieht gar nicht mal so gut aus, die Firma Mercedes. Ich würde aufhören hier zu blitzen. Wenn mein Handyblitz so stark wäre, würde ich nicht mehr aufhören zu blitzen. Ich glaube, das ist nicht richtig. Sollten wir vielleicht irgendwo anrufen? Bescheid sagen? Aber meine Gästen auch nichts machen, ne? Wir haben uns mal schon gewundert, woher die Betaldinger kommt. Den Hausmeister würde ich sehen, der da hoch ist. Und was macht? Folien hinspannt. Das ist jetzt sogar falsch! Was ist das?